Nein, ich bin fast reingekommen! Super! Noch knapper als Wissens. Es ist wirklich sauknapp jedes Mal, ne? Man muss da irgendwie so leicht langsam und sich so seitlich stellen, ne? Ich bin dran! Hallo meine Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Zusammen mit Kev. Hallihallo! Und mit den Losers, mit der Deko mit meinem Wasser. Und zu allem! Sehr, sehr geil! Heute haben wir was Feines für euch und zwar wieder ein Quad-Challenge. Und danach, wenn wir Glück haben, gibt es ein Fahrrad-Wall-Ride. Fahrrad-Wall-Ride? Die letzten beiden Folgen, Leute, war ich echt richtig scheiße. Und wir nehmen die drei hier gerade hintereinander auf. Das heißt, jetzt weiß ich auch nicht, ob ich besser bin. Doch, du wirst besser sein. Dena, das Richtige ist... Ja, ich gebe mein Bestes, ich will ja! Ich will ja, Leute! Okay, einfach schmuf bleiben. Hä? Mein Controller baust! Mein Controller baust! Geht euch! Hey, geht's schmuf! Boah! Scheiße! Schmuf! Ha! 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 Das ist jetzt irgendwie ein Gentleman von... Oh Leute, das ist eigentlich so eine dicke Spur hier... Ja, wie nimmt ein Gentleman? Das ist ja eine Frage. Ja aber richtig! Und nicht einfach über die Absperrung fahren hier. Alles klar! Das ist richtig hart dran. Alles klar! So! So, hier geht es weiter! Er läuft! WTF, der Verkehr, Mann! Geil. Wie soll das Verkehr an? Ich kann auch gar nicht mit Nachbett navigieren beim Quad, ne? Nee, nix. No! Alter, shit, Geister, Quad-Forder-Cab. Arsch-off! Dann Dena hat einfach die Reifen zerschießt. Dena, das ist genau richtig, das ist genau richtig. Geister, Quad-Forder-Cab. BAM! Was macht ihr denn da mit mir? Ey, ich hab noch gar nichts gemacht! Man! Dena, du hast Dena ermutigt mich zu töten. Autschi, 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 Autschi. Scheiße! Ich häng fest, verdammt. Ich fahr keinen Himmel weiter, Leute. Oh Mann! Was sind alle erst hier? Ja! Ja! Weil alles... Scheiße auf Einzelschuss, ey. Oh, ne! Oh! Deri hat's geschafft! Hat's geschafft?! Nice! Ja, geil, Alter! Und ich bin hier der Letzte, da ist doch nicht wahr. Da ist doch nicht wahr! Also es kommt manchmal auch einfach echt viel Peck dazu. Bye-bye, Marvin! Nein! Bye-bye, Marvin! Meiner hat sich gesprengt, wieder ganz am Anfang. Oh! Oh! Okay, ich hab' noch mehr Peck. Da ist der Deko doch wieder erster! Oh, Leil! Schicksal! Will mich einfach! Ich bring dich wieder rein! Die Leichen der Menschen blockieren mich! Wir können die's nur wagen! Oh! 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 Oh nein! War die zweite Runde schon krank! Echt?! Du musst hier restarten! Wir müssen auf jeden Fall den Deko noch kriegen! Aua! Aua! Warum? Nein! Aua! Aua! Warte, da ist Lena! Nur ich hätte ihn aufhalten können, Marvin! Zieh dich doch mal mit deiner Leiche! Wenn du hier sowas machst... Äh! Schnell wieder rein! Wie komm ich denn nicht hinter? Grottel! Aua! Warum explodiert denn hier alles? Hä, warum machst du das? Ihr seid doch verrückt, Leute, seid ihr! Marvin, du bist echt ein schlechter Bullshit! Das ist doch nicht euer Ernst hier! Ihr könnt doch nicht immer überall einfach nur schießen, schießen, schießen! Das ist aber diese Gewalt... Diese Gewalt... Puh! Hier finde ich nicht gut, möchte ich sagen! Loll! Wow! Alter! Wer hat... Wer hat den Truck... Äh, den Leferwagen gerade explodiert... Explodieren lassen! Ey Marvin, ich habe dann einfach eine Granate hingeworfen, als ich oben war! Und du legst wirklich genau dorthin, wo die Granate war! Ohhhh! Das ist so geil! Ich habe gerade versucht, ein Auto mit C4 zu bestücken und das weiter in eure Richtung fahren zu lassen! Ja, hast du! Du hast mich damit getötet! Das Auto ist explodiert und ist auf mich rauf geflogen, und hat mich vom Quad runter geschleudert! Loll! Der war crazy! Der war crazy! Oh yeah! Und ich habe sogar den da getötet mit der Aktion, das war so eine miese Jack Bauer Aktion! Alter! Kev! Ich habe nicht... Nein! Nein! Ha! Gegen mich! Ey, nicht auf mich! Ey, die Letzten! Mach besser! Die Letzten müssen zusammenhalten! Alter! Ich habe... Ich habe einen kaputten Reifen! Ich habe schon kaputten Reifen! Das kann doch nicht wahr sein, Leute! Ich habe schon kaputten Reifen! Die Letzten müssen zusammenhalten! Das ist eine ganz alte Regel! Ich habe schon kaputten Reifen! Man sieht das nicht! Hier ist... Was? Nein! Deko da! Nein! 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 Ich bin gestorben! Ich bin mal wieder Letzter! Oh Gott! Hier geht es ja weiter! Alter, komm schon! Alter, ich musste respawnen! Okay, ich habe aber einen guten Vorsprung aufgeworfen! Oh, jetzt kann ich leider niemanden mehr trollen, weil ich zu weit weg bin von euch allen! Oder du wartest und kriegst eine fantastische Bombe! Ne, träum weiter! Was ist das denn hier? Ich! Träum weiter, du Eiercrawler! Selber Eiercrawler! Say I am! Ey, ihr seid aber auch schon ziemlich weit vorne! Warum?! Arsch! Alter, die war traumhaft platziert! Es bestätigt sich schon wieder! Die war wirklich traumhaft! Passt einfach nicht! Lol! So, Kev! Kev, du bist getroffen worden, Leute! Ich habe damit noch Kev erwischt! Geil, Alter! Dankeschön! Und ich wollte sagen, Deko ist erst da! Schollkönig! Was? Er ist jetzt schon fertig? What the fuck? Lol! Und ich respawne da, wo ich zu wenig Ansprung habe, um über die Plattform rüber zu springen! Oh, lol! Verdienen, Kev, nachdem du mich getroffen hast! Hier! Was? Irgendwer hat es nicht geschafft! Ich habe es nicht geschafft! Ah, eine gute Rottel! Warte, ich platziere hier ein paar Kev C4 an die Autos! Nein, ich habe eine bessere Idee! Hat nicht geklappt! Molotov Kocke, wie bringt der mich? Nope! Nein! Nein! Ist Dena gleich auch im Ziel? Ey, Dena ist auch gleich im Ziel! Dena ist zweitig! Wir müssen uns nicht hier rum anbitschen! Ah, Dena, ich weiß nicht, ob du deinen zweiten Platz riskierst! Nein! Du kannst ja hier noch C4 hinlegen und dann schon mal vors Ziel fahren! Nein, nein! Fahrt, 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 Leute! Fahrt doch! Nicht mehr! Fuck the fuck! Nein, ich habe mich nicht getroffen! Scheiße, Scheiße! Oh Gott! Nein! Jawoll! Oh, Zweiter! Wuuuh! Oi, was macht man denn da? Leute, heute! Vielleicht läuft es jetzt dieses Mal ein bisschen besser, Leute! Ich habe mal ein Poster ausgenommen! Ich habe mich aufgelöst, Leute! Nicht schlecht! Mach mich, Leute! Der ist mal knapp! Der hat sich einfach auf den Kopf gelegt, ey! Nein! Mit die Passanten gerade bei der Gleichzeit... Wow! Kev, noch 10 Sekunden hast du! Ja, wenn du Glück hast, schaffst du ein Ziel! Ansonsten musst du den normalen Dehner... Verziehen Sie sich, ihr Scheidmenschen! Das normale Dehner-Schicksal musst du dann frönen! Oh Gott, Kev, Alter! Das war böse! Das war böse! Das war böse! Azmavi ist wenigstens geschafft! Oh, okay! Ich war einfach die ganze Zeit Letzter und... Ich habe den Kopf gespielt in diesem Game, deswegen musste ich einfach Kev trollen, dass ich noch Vorletzter bin! Geil, 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 Leute! Und jetzt, wie gesagt, in einer Sekunde geht es weiter mit einem Fahrrad-Wall-Ride! Richtig geil! Bis gleich! Bis gleich, Leute! So, die zweite Map am Start! Leider nicht viel versprochen! Ein Fahrrad-Wall-Ride! Ja, es betrug! Den haben wir von der Community geschickt bekommen! Geht ein Dislike jetzt! So rum! Das mache ich jetzt, Kev! Dehner, seien Sie ruhig! Aber jetzt spielen wir eine Bike-Parcours-Map mit der Hakutu! Gesundheit! Aber es ist richtig bugmäßig, weil einmal... Die Community schickt uns keine PS4-Mips! Das macht uns nur durcheinander! Und das zweite ist, es stand im Ladescreen Fahrradrennen! Und das ist kein Fahrrad hier! Das war keine Fahrrad, das war eine Schweinerei! Schweiner... Schweinerei ist das! Und jetzt haben wir was für ein Kack-Fahrrad hier haben wir... Achso, was für ein Bike! Welches Bike hast du eigentlich, Dehner? Dasselbe wie ihr! Nein! Also ich bin nicht sicher, ob ich noch ausgewählt habe, aber anscheinend ist dasselbe! Der Trick hier weggekommen und dann kommt mal der Boss da, weil der Letzter ist! Oh! Alter! Ich will hier aber nichts mit euch zu tun haben! Ah! Fuck it! Alter, ich will nichts mit euch zu tun haben! Wir waren dort gefallen! Das ist ja exakt dasselbe auf der anderen Seite! Okay! Okay, ich bin durch! Nice! Ey, die Letzten schießen sich nicht ab, Leute! Nicht eh! Oh, ja, ja! Hammers! Hey! Ich hab Kev abgedrängt! Ja, nicht abgeschossen, aber abgedrängt! Ja! Jetzt ist der Dehner schon Erster! Thomas! Ne, ich bin gar nicht Erster! Ah doch, ich bin Erster! Alter! Jetzt bin ich von Kevs Motorrad abgeschossen! Dafür nur die Ersten schießen sich ab! Ich bin Letzter mittlerweile! Hat er noch eine Rakete übrig? Der? Wuuu! Ne! Ne! Ja! Die Reifen zerschossen! Das kann nur der Dehner gewesen sein! Nein, das stimmt nicht! Ich kann gar nicht schießen! Nein! Oh, ich bin... Ne, oder? Ey, das nächste Ding ist aber hart, ne? Oh! Ja, das ist ein Fahrradparcour halt! Was? Das ist der kleine Bruder vom... Spiel, da hab ich den Punkt nicht bekommen! So! Oh! Oh Leute, ich bin nicht hoch genug gekommen! So, dann versuch es mal! First Trial! Ist irgendjemand schon mal ganz hoch gekommen? Ne, das Ding ist ein Wuster... Hochfahren! Ander was? Jaja, aber man muss vor allem... Man muss den Speed die ganze Zeit behaupten! Alter, ich bin einfach zu schnell gefahren! Man muss ordentlich Speed mitnehmen, ja! Aber ich hab's geschafft! Mit Wheelie! Man darf aber nicht zu schnell fahren! Huuu! Weil sonst... Ich graue mir ja das, was ich jetzt hier wieder... So lange brauche! Und so meinen... Ey! Ich bin zu schnell! Ich vergolde meinen Vorsprung so krass! Ey! Wo geht's denn hier nach der Auge? Das ist eine Parkour-Map! Jeder hat seine Schwierigkeiten! Ey! Alter! Was war das denn für'n Scheiß! Aber macht ihr denn dafür Spiel? Ey! Ich weiß es nicht! Ich wurde abgeräumt! Ich wurde abgeräumt! Ich wurde abgeräumt! Ich wurde abgeräumt! Ihr seid wie die Waschweiber geworden! Das ist mir aufgefallen! Nein! Gar nicht wie die Waschweiber! Ey! Ich bin einfach dauerhaft viel zu schnell! Ich krieg diese scheiß Rampen nicht hoch! Obwohl die voll easy ist! Wow! Aber diese Hakucho? Weiß ich nicht! Die ist ziemlich ungelenkig, ne? Die ist übelst kriege, alter! Ich find die eigentlich ganz geil, würd ich sagen! Tchuuu! Wow! Jetzt hab ich's aber! Nice! Was war denn eigentlich Deko die ganze Zeit verkackert? Ich weiß nicht! Nein! Es war nicht mal was schweres! Es war einfach nur verkackt! Du musst weiterspringen! Achso! Ich bin einfach ruhig! Das ist falsch gesprungen! Nice! Weiter geht's! Acht dahinten hin! Hopp! Hakucho! Das wird nicht gespringen! Das war nicht Schwanz hier unter! Hä? Diese Beschreibung! Was ist das bitte? Hä? Das wird jetzt Schwanz! Dena ist erster, Leute! Dena ist erster! Ey! Dena ist nicht erster! Deko ist erster! Dena ist erster! Guck doch mal! Deko ich weiß welche Stelle du bist! Dena ist erster! Dena ist erster! Tja! Tor auf! Jungs! Hä? Tor auf! Welches Tor? Ah jetzt hab ich's geschafft! Alter! Ich bin da drüber gesprungen! Kack ey! Schaff ich's da hoch, Leute! Nein! Scheiße! Können wir einfach hier hochfahren? Jetzt kommt's nice fahren da oben, Leute! Ich glaub muss nice fahren da oben! Nice! Dena, wie bist du denn da hochgekommen? Ich sag's euch nicht! Bist du rumgefahren oder was? Nein! Du kannst da springen! Guck mal! Da ist ne Treppe und dann kannst du rauf springen! Du musst mit der Treppe und dann springen! Gar nicht so einfach! Dena hat den Skill! Das ist der Punkt, Leute, ja? Schlecht abgesnackt! Die Hakucho, das ist doch... Ich komm mit der Hakucho nicht ganz! Ich komm mit die Nüsse! Aber wo ist denn der WarRide? Frage ich nur! Oh! Ja! Ja! Kommt jetzt noch ein WarRide oder war es auch Betrug mit dem WarRide? Das war kein WarRide! Wenn du am Anfang der Folge nicht zuhörst, dann hast du Pech! Mann! Aber ich hasse zuhören! Also wir müssen in der Schule scheiß! Ey! Ich krieg's einfach nicht hoch! Seid ihr da hochgefahren über die Kante? Kev, da ist eine Treppe direkt neben dem Punkt! Da kannst du hochfahren und dann musst du nur noch einen kleinen Sprung machen! Relativ klein! Was soll ich machen? Du kannst die Treppe hochfahren, dann ist ja nur noch so ein kleinerer Sprung! Ja, deswegen, das war ja meine Frage! Ob ihr sozusagen gemogelt habt? Das ist nicht gemogelt! Ich hab nicht gemogelt! Weil ich habe es richtig geschafft! Ich hab auch nicht gemogelt! Über die Dachkante! Wenn man die Kante hochfährt, dann mogelt man! Das ist nicht gemogelt! Oder hat jeder gemogelt? War mir auch klar, auf immer war erster! War nix gemogelt! Was ist daran? Mogeln, bitte! Hä, wo muss ich jetzt hin? Wenn man die Parcours-Elemente nicht nimmt, ist das ein Mogel? Ne, 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 ne! Ganz falsch, Leute! Ganz falsch! Jetzt ist mein Motorrad kaputt! Ganz falsch! Bei so einem Element muss man einen Weg finden, dahin zu kommen, ja? Da geht's nicht darum, dass es den einen richtigen Weg gibt, ja? Das war jetzt ja kein totales Abkürzen oder so! Ich bin dafür, dass jeder gemogelt hat! Ich will auch dafür sein! Schwierig hier! Wer hat... Wer hat... Wer hat die Schnauze verstanden? Du bist so aggressiv, Mann! Das war eindeutig Mogli, Alter, dass ich bei Dana eingeschlichen hab! Wer sitzt im Wald und mogelt? Dana! Und zwar nicht Mogli! Alter, das ist ja kacke! Könnte man ja so irgendwie easy rein, aber... So! Wann sind eigentlich die Zweiten? Alter! Ich hab keine Ahnung! Leute, warum springe ich nur hoch und nicht nach vorne schon wieder? Ey, ich glaub, das heißt die! Wir sind echt mega weit vorne, ne? Aber wir sind jetzt grad an einer Stelle, die ist... Gar nicht! Hauptsache, Cap ist unten im Parkhaus und wir sind oben im Parkhaus und wir sind nach vorne. Ach so! Ich dachte, du weißt viel weiter! Ne, ne, danach kommt hier eine haarige Stelle! Ey, warum nur hoch? Ey, ich glaub, wir haben... Oh Gott! Ist euer Ernst, ey! Was ist das Problem eigentlich? Hallo! Was? Wir haben ja auch richtige kacken Motorräder. Was da drüben ist, kommt man aber auch nicht weiter! Ja, ich war ja schon da drüben. Warte mal, vielleicht hier so ein Ding mitnehmen? Oh, lol! Ist das nicht die Rampe, wo man den Monster-Stunt unten nehmen kann? Ne, ach so, wir müssen da rein! Okay! Schaffen wir das? Okay, man muss frontal drauf zu kommen, ich dachte, wir macht das anders. Ich glaube, das schafften wir nicht. Ja, dann kann er auch ins andere Parkhaus von unten rauf fahren. Warte, aber er hat doch überall Schilder platziert. Also, eigentlich da in dieser... Man schaffts nicht ganz nach oben, aber eins da drunter, da sind zwei Schilder. Aber er hat's ja halt, wie gesagt, geschafft, dieses Schild da hinzumachen. Ganz ehrlich! Ich komm hier noch nicht mal rüber aus! Oh Gott! Das ist alles so scheiße! Ey, Marvin, da ist doch ein... Ey, räum mir doch die Nüsse, was ist falsch bei euch! Das ist so ne kleine Kante, hier! Oh, leil! Ja, genau so! Genau so! Genio! Das ist einfach nur... Ich würde sagen, wenn man mit dem Parkhaus schafft, darf man hochfahren! Ich würde sagen, wenn man mit dem Parkhaus schafft, darf man hochfahren! Ich würde sagen, wenn man mit dem Parkhaus schafft, darf man hochfahren! Mit C4! Alter! Warum, warum?! Deko! Ich hab so viel durcheinander als! Ey, diese Wand, die ist so groß, ne? Du machst viel mehr durch das TNT, schau mal, was hier alles liegt jetzt! Wenn man es ins Parkhaus geschafft hat... Oh ne, schon! Ey! Marvin! Warum denn?! Als ob das dringend gar nichts! Wir haben nur noch mehr Zeug! Mann, schau dir das mal an! Jetzt kann man es gar nicht mehr! Dad Marvin, Alter, wirklich! Jetzt lass das T4 mal stecken! Wie es hier aussieht, Mann! Jungs, Schlachtfeld! Es ist alles noch möglich! Ey, vor allem... Ne, jetzt... Dena, fahren Sie zur Seite! Was?! Ich musste dahin! Ich bin doch vor dir! Jetzt?! Alter! Du ein Dena! Warum werde ich nochmal? Das ist mir langsam zu viel hier! Ich fahr außenrum! Mann, ey, Leute! Ey, langsam ist echt so viel kaputt, dass man, glaube ich, echt nicht mehr springen kann! Ja, du brauchst hier nicht beschweren! Du hast mit C4 angefangen! Ich hab aufgeräumt! Weil die ganzen Motorräder da lag! Aufgeräumt sieht das hier nicht aus, mein Lieber! Nach... Alter! Nach Kamabi! Ganz ehrlich, ey! Aufgeräumt ist das hier nicht! Also, ich würde sagen, wenn man es vom Dach aus irgendwie ins Parkhaus schafft, Jungs... Lasst uns mal auf die tatsächliche Parcours hier besinnen! Wenn man es irgendwie ins Parkhaus schafft, darf man hochfahren! Aber ihr müsst vom Dach aus reinkommen! In die zweite Ebene schafft man es nämlich! Achso, ja, stimmt! Ja, da kann man auch rein! Das schaffen wir, Jungs! Das schaffen wir! Deko hat dich vorgedrängelt! Ja, genau wie du! Das ist doch scheiße! Man kriegt die ja nicht hoch genug! Dena, du drückst einfach nicht nach vorne und du darfst halt nicht nur Wheelie machen! Ich hab... Tuck, easy, squeezy! Ich hab's auch schon mal gerade geschafft! Ey, das ist so hässlich! Ich hab's als allererster von uns geschafft! Es ist schwierig! Das ist schwierig! Ey, hör auf! Ey, Deko, hör auf! Deko! Das ist dein scheiß Problem! Oh! Aua! Warum gerampft du uns, Kev? Ja, ich hab Dena gerampft, weil er Deko ins Motorrad wollte! Deko und Motorrad! Oh Mann, ey! Was? Ja! Mit Dekos Motorrad! Aber du bist ja nicht rübergekommen! Mann! Ey, ganz ehrlich! Wieso sollte man nicht hier einen Park aus hochfahren? Diese Logik verstehe ich nicht! Es geht ja nicht darum, den möglichst komplizierten Weg zu fahren! Nein, Dena! Die Pfeile zeigen aufs Dach! Spielen Asian Parkour richtig oder gar nicht? Aber wer sagt denn, dass die Regeln so sind? Weil der Mapperbauer ist... Ey, Kev! Die Regeln finde ich nicht gut! Guck mal, wenn du es hier gut schaffst, wirst du halt hier schnell! Aber wenn du einfach stecken bleibst, ist ja logisch! Kannst du auch irgendwie andersrum fahren! So, das ist ja nicht schneller, weil es ist ja keine Abkürzung, das anders zu machen! Du hast es keinmal richtig probiert und dann gibst du schon auf! Ich hab's nicht einmal richtig probiert, Kev! Ich war schon mehrfach genau an der Stelle! Ich war als Erster unter anderem von uns an der Stelle! Ja, warst du schon auf dem Dach? Ja, natürlich war ich schon auf dem Dach, Mann! Ich bin auch schon mehrfach... Ich hab dich einmal gesehen! Ja, weil du warst doch nicht mal auf dem Parkhaus hier oben drauf! Als du eh das schon geschafft hast! Gab's heute einen Mumu zum Frühstück oder was? Ja! Nein! Das Schwierige ist... Gleich verpasst ihr euch ne Vaginaldusche! Ja, ich glaub wirklich, Alter, heute Morgen gab's echt Mumu Flakes! Estrogen-Shake gab es! Ne, das war alles, weil der Bachelor jetzt läuft wahrscheinlich, oder? Kann das sein! Ja, der Bachelor ist so wahnsinnig! Ey, dass ich hier meine Scheiße mache, weil dann kommt Kev und rammt dich! Hä, das ist der da gewesen! Oh Gott, ey! Wow! Ja, aber Buster kannst du ja wieder schaffen! Ich muss am Bachelor, wie das ist es! Ey, guck mal, das sind nur Motorräder von mir! Alles volle orange Motorräder an der Stelle! Weil du deine nicht richtig auf uns kommen lässt! Ich fahr auch schon... Ihr regt euch da auf, ich mach das hier schon an der Seite immer! Weil ich keinen Bock auf euch habe! Nein! Das hier ist ja kein Problem hier! Oh, lol! Ich spring mal hoch, aber nicht nach vorne! Das ist ja der Trick mit Wheelie 8, Digger! Ja, genau! Du musst ein bisschen weniger Wheelie machen! Bisschen weniger Wheelie als du machst! Ach! Aber mit der Hakucho ist das echt schwierig! Ja, ja! Aua! Was war das denn jetzt? Ja, das wussten wir natürlich nicht! Ey, lol! Ich stehe hier einfach! Ich wollte jetzt wieder jugendgefährdende Wörter bringen! Guck mal, wie viele Motorräder da sind! Ne, das machst du doch schon wieder! Ey! Nein! Ihr ganz meins haben, ich respawne! Leute, was macht einer da? Was? Hast du dich aufs Motorrad gesetzt, wem ich runtergefallen bin? Was war das denn? Oh mein Gott! Ich glaube ja nicht, dass das ging! Ey, Dinger! Ich wollte einen Motorrad schreifen! Ich war mir so zugebrochen Motorrad! So, hier ist... Ein kleiner Pinüppel! Ich weiß gar nicht... Hör mal, was? Das war keine schlechte Taktik! Oh, lol! Ich dachte die ganze Zeit, man muss nur einen Pinüppel nehmen, aber das geht gar nicht! Nein! Da ist nämlich so ein Pinüppel auf dem Dach und ich dachte, man kann davon abspringen! Wieso geht's nicht, Kev? Marvin, ich hab's jetzt gesehen! Ja, nee, wir machen nix! Marvin, ich hab gesehen, das sind wirklich diese Markierungen von ihm, ne? Ja, deswegen! In der obersten Etage und davor! Also, jetzt macht Kev schon die Trixie am Schild, oder was? Na klar, Junge! Ey, guck mal, wie viele Motorräder da sind! Wie... Ganz ehrlich! Wie kam es zu weit? Das ist cool! Also, irgendjemand hat was mit C4 gemacht! Das weiß ich noch! Ah, Deko! Und jetzt geht's weiter mit C4, Alter! Alles klar! Das ist einfach nicht true, Alter! Hör auf! Hör auf, Deko! Jetzt hör auf! So ist gut! Naja... So ist wenigstens die... Dingsdorf! Habt ihr jetzt hier mal ein bisschen gesäubert? Oh ja, es ist echt säubert! Bevor man Bossa mit dem C4 angefangen hat, war es sauberer! Nein, ich bin fast reingekommen! Super! Noch knapp als Dinos! Es ist wirklich sauknapp jedes Mal, ne? Man muss da irgendwie so leicht langsam und sich so seitlich stellen, ne? Ich bin drin! Ich bin drin! Dena ist drin! Jawoll! Nicht schlecht, Alter! Nicht Dena! Nicht schlecht! Dena, siehst du? Und wie ist jetzt das Erfolgsgefühl, wo du es auf der richtigen, schweren Art und Weise versucht hast? Ja, gut! Ich finde aber, wenn es so gewollt ist, dass du nicht hier rein kannst, hätte in der Map-App einfach ein Schild hinbauen können, dass du nicht rankommst. Dann verstehe ich das so! Dann wäre es cheat, mal rüber zu klettern! Aber... Ne, nicht ein Schild! Du kannst ja einfach den Eingang blockieren vom Fuck-Haus hier! Ich muss das dritte Stock weg springen, oder? Ich muss das dritte Stock weg springen, oder? Nein! Die Schilden zeigen dir beide! Nein! Bist du quer reingeflogen, Dena, oder seitlich? Äh... Oh lol! Weiß ich nicht, ich bin... Also der Trick ist, Leute... Der Trick ist, äh, mit ein bisschen weniger Geschwindigkeit! Oh, ich komme grad gar nicht mehr aufs Dach, Alter! Ich fäll hier! Beim Einfachsten! Bisschen weniger Geschwindigkeit, sagst du? Ja! Also damit habe ich's geschafft! Oh! Dann habe ich's! Oh lol! Zwinglich Speeds! Okay, Dena hat jetzt einen krassen Vorsprung, aber... Naja, Karl, das wollten wir auch nicht, Alter! Ihr habt eine mehr Sache geschafft hier! Aber das kann ja sein! Jetzt hängen sie auch schon wieder beim Mix durch, nicht weil ich mehr hochkomme! Aber das kann ja sein! Und das wäre das erste Mal, dass Dena eine Bike-Parcours-Map als erster schafft! Es musste ja auch irgendwann mal so weit sein, Ne, Dena! Hä? Hä? Das wäre echt schickig! So! Check nicht, ob wir in den zweiten Stockback kommen sollen, Alter! Deswegen wird doch sofort noch hochkommen, Leute! Ein bisschen Check-and-Speed ist es sehr, sehr schwierig! Ey! Nein, meiner! Fahr wenigstens zurück! Dego, du musst den hoch! Wahrscheinlich gleich mit den Knippen hier, Leute! Mit den kleinen Dingern! Hm... So, habe ich jetzt genug Speed? Was heißt denn ins Obere? Ich meine nicht aufs Dach, sondern da drunter! Jaja, da sind ja die... Dann nochmal da drunter geht's auch! Nein! Ich wollte schon sagen, Alter, zweite Stockback! Ich hab's geschafft! Ich bin hinter Kev! Was? Seine Beine drauf? Nice! Marvin, ich hab's nicht geschafft, by the way! Hä? Ja, das sah so aus, als wenn ich drinnen bin, aber irgendwie wieder rausgeglitscht! LOL! Aber das war echt ganz, ganz langsam durchfahren! Ja, das war echt sehr, sehr knapp, bei mir auch! Hä? Muss man nach unten fahren, ey? Ne, nach oben musst du! Fuck, Leute, ey! Der schöne Vorsprung ist mir wieder weg! Deno, ich hole dich jetzt noch rein, man! Ja, scheiße ist das, Alter! Was up? Oh! Ich bin da und... Nein! Jawoll! Das ist doch mal echt unglaublich! Okay, 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 okay! Hast du den Numpad gedrückt oder so, Marvin? Warte, warte! Ich muss mich konzentrieren, ich will den Deno noch kriegen! Aber sag dir eigentlich... Numpad, ja, nein! Fuck! Marvin, Numpad, ja, nein! 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 Einfach nur geradeaus fahren! Shit! Was? Das ist doch nicht... Nein, 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 nein! Sag ich nur! Ey, ich komm hier die Wand nicht hoch! Hör! Nein! Ich war schon drinnen mit meiner Schnauze und dann ist der rausge... Oh! Den hab ich gewonnen! Nein! Den hast du? Ja, normal! Was? Alter! Soll ich noch warten? Ja, bitte! Geil nomatico, Leute! Geil nomatico! Ich bin hier schon ein bisschen in der... Ich war schon zweimal drin! Jetzt langsam, Kev, langsam! Ja, genau! Oh, ich bin drin! Ja, so hab ich's auch gemacht! Aber das war ein bisschen schneller als davor, ich war offenbar immer ein bisschen zu langsam! Und man darf sich nicht seitlich stellen, Deko! Einfach nur geradeaus fahren, dann ist am besten! Wenn man sich seitlich stellt, verliert man! Ey, ich... So! Ist hier noch schon Ende, oder was? Ja! Fast! Du musst jetzt... Ne, jetzt kommt noch eine bisschen knifflige Sache! Jetzt musst du da rüber springen nämlich! Ne, nicht hier! Sondern, äh... Da siehst du, ist so eine große Rampe aufgebaut! Echt? Wo? Jetzt links, hier... Jetzt hier links ist die große Rampe! Du musst ein bisschen Anschwung vielleicht nehmen! Wobei, nicht so viel! Nicht so viel! Da brauchen wir keinen Anschwung! Nehmen Sie Gas! Wir haben jetzt richtig Anschwung! Jetzt links, Kev! Ja, jo! Und gerade! Schön gerade bleiben! Ist knapp! Oh Gott! Ach so! Gerade! Ich dachte, ich muss komplett rüberjumpen! Aber hey, ich mache jetzt... Das ist ein Asian Park... Ey, hallo, Fahrrad! Ah, ich bin drin! Finally! Was hast du vor, Kev? Hallo, du weißt... Das hier ist ein Asian Parkon! Ja? Und ich beweise jetzt warte Parkon-Skills, indem ich... Da wieder rauf! Ich glaub's nicht, Kev! Es ist... Hier ist alles möglich! Zieh dir das rein! Wenn du da hochkommst, dann hältst du's echt! Ich glaub's aber nicht! Okay, ich respawn einfach! Das wird jetzt noch ein spannendes Teil zwischen Kev und Deko! Achso! Ich muss hier... Ja, genau! Was ist mit Deko überhaupt los? Ich guck grad... Ich bin ja extra nicht weitergefahren! Ja, was Kev gemacht hat! Hier einfach umdrehen! Nee, du brauchst kein Speed! Was jetzt? Ja, rüber! Äh, solltet ihr... Jetzt musst du einfach schön gerade... Ja, wie gesagt... Schön gerade! Oh, wieso seid ihr nicht gerade, Leute! Aber du hast es geschafft! Du kannst wieder aufsteigen! Hä? Muss ich hier hochfahren, oder was? Also ich bin runter und bin mit dem Penippel da hoch! Achso! Sag das doch! Ich dachte, hier ist... Achso, hier ist doch was! Die weißen Dinger kannst du benutzen! Also die letzten vor der Wand! So, und dann hoch! Mit Wheelie! Ja, so wie Kev... Oh, dem hat mir geholfen! Dankeschön! Schatz! 20 Sekunden noch! 20 Sekunden noch! 20 Sekunden noch! 21 Sekunden noch! Du musst nicht die... Nicht die... Nicht die... Willy, Willy, Willy! Nicht die Wand! Fahr rechts dran vorbei an der Bank! Rechts dran vorbei! Nee, du kannst die Wand auch benutzen mit Wheelie! Mit Wheelie! Mach Wheelie, 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 Wheelie! Mach Wheelie, 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 Wheelie! Nein! Vertraust du mir nicht, Kev! Ich wollte, aber ich hab zu viel drin! Du musst mir vertrauen! Wheelie, 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 Wheelie! Nein! 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 Ja! Verdient! Verdient! So ein Stückchen! Ich war ein Militär... Hättest du mir ganz am Anfang vertraut? Es war einfach... Hättet ihr mir vertraut, ja, Leute? Ich hab euch doch gesagt, wie das hier funktioniert, ja? Ich weiß gar nicht, was eurem Problem ist, ja? Also... Oh... Aber... Wellplay, Demo, deine erste Person... Können alle Hater mal leise sein, Leute! Er hat den Fluch gekochen! Er hat den Fluch gekochen! Keine Kommentare unter diesem Video! Gar keine einfach! Richtig! Alle sind leise! Ich freu mich definitiv für dich und auch für alle anderen! Schaut in die Beschreibung! Dort die ganze Playlist! Auch einen Link zu den anderen! Deswegen Dena sich nicht verpassen! Und dann sehen wir uns in drei Tagen mit Dena wieder! Und morgen wieder bei der nächsten Runde GTA Online ganz normal! Und also... Bleibt geiler! Macht's gut! Bis dann! Ciao! 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 Ciao!